Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh, tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Ähm, nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Herrlich. Ellie hat wie immer gute Laune und versucht Joel hier ein bisschen was, ja, Privates, Geheimes rauszulocken. Und wir klettern nochmal vom Pferd runter und versuchen in der Umgebung was zu finden. Denn hier, ihr seht schon, blinkt es, was das Zeug hält. Ah, war jetzt nicht so eine monstermäßig gute Beute, aber nicht verkehrt. Und gerade die Menge an Pillen, die ich hier mitnehme, ist schon entscheidend. Dafür, dass ich dann eben regelmäßig auch die Upgrades hier freischalte. Ihr seht, es fehlt nicht mehr viel, bis ich die maximale Gesundheit wirklich maximieren kann. Noch 20 Pillen, das sollte in den nächsten 1-2 Stunden der Fall sein. So, dann wollen wir mal rüber. Äh, sind das Affen? Ja, eine ganze Harde. Okay, na los. Und weg sind sie. Auch ziemlich cool gemacht. Wie die da wegklettern. Tja! Ja, das Firefly-Symbol an der Wand macht Hoffnung. Und natürlich geht's nicht. Kein Saft drauf. Und wir sind schon so nah an diesem Gebäude hier. Ja, und der will aktiviert werden. Ja, dann muss ich wohl mal wieder rüber. Okay, du bleibst hier und... Oh, wieder fünf Pillen, super gut. Nochmal fünf Pillen, super geil. Oh, verdammt Sporen. Und es wird wieder spannend. Und wir haben wieder Klicker. Also ist die Taschenlampe nicht schlimm. Und wir haben eins, zwei, drei und vier. Und da hinten steht einer. Das, so viel Spoiler ich schon mal, ist kein Klicker. Wir sind ja. Du development hast auch schon mal. Was ist das? der erste ist erledigt die anderen beiden bewegen sich nicht die sind also keine echte gefahr theoretisch und 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Obwohl er schon echt fies klingt. Obwohl er schon echt fies klingt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, jetzt sind wir fett aufgerüstet, was die Energie betrifft. Jetzt heißt das erstmal zurück zu Ellie. Oh, 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 oh. Ich bin der Schiff. Ha! Ihr Schiff! Ja, komm schon durch. Los. Die Klicker. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Ja, wollen wir hoffen, dass das so ist. Ihr werdet es in Kürze herausfinden. Weit ist es ja nicht mehr. Und, falls ihr gemerkt habt, es ist dunkler geworden hier im Spiel. Viel mehr Wolken, der Wind ist stärker geworden. Und nochmal absteigen, denn hier blinkt es schon wieder. Und das ist nicht das einzige, was wir mitnehmen können, soweit ich das im Kopf habe, gibt es in den Zelten hier überall was mitzunehmen. Oder fast überall. Warst du in so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kam's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Wir haben schon ein bisschen was erfahren, aber Joel ist immer noch nicht bereit, ganz, ganz ausgiebig zu quatschen. Das sollten wir. So. Jetzt ist es nicht mehr weit. Also wir sind quasi ja da. Rott mal. Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Und ihr könnt's euch vorstellen, ich will das Tor aufmachen, aber das geht natürlich nicht. Die Lösung ist einfach. Genau, wir können drüber klettern. Zumindest ist das der Plan von Ellie und, naja, von Joel auch, aber dieser Plan wird nicht ganz funktionieren. So viel Spoiler ich schon mal vorweg, denn Achtung, Achtung. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. So, dann wollen wir mal. Jetzt sind wir ganz nah dran. Wir sind quasi an dem Gebäude. Das entsprechende Labor kann nicht weit weg sein. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Und auf den letzten Metern machen wir nochmal eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge könnt ihr euch darauf gefasst machen, was uns erwartet.